Hallo zusammen, hier ist wieder Otschela und schon wieder für euch in Battleface.de unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening Video präsentieren. Wir sind mal wieder auf der Windika und hier wollen wir mal ein wenig gambeln. Ich habe nämlich entdeckt, dass ich auch noch bei meinen Non-Leder-Charakteren ein bisschen Agonie drum liegen habe und das wollte ich einsetzen, um ein paar Umhänge zu gambeln, denn es gibt auch ein paar, die ich noch brauchen könnte, zum Beispiel bei dem einen oder anderen World-Boss, die so eine ewig lange Rotation haben und ich hoffe, dass ich vielleicht die rausbekomme. Da sind es insgesamt noch vier Umhänge, heißt vielleicht haben wir ja da die Chance, noch den einen oder anderen rauszuziehen. Ich würde sagen, wir steigen gleich mal ein. Ich will wieder zehn Stück aufmachen und ja, erster Umhang, gucken wir mal, drückt mir die Daumen. Okay, also der erste Umhang war schon mal nichts, dann haben wir hier noch einen zweiten Schalter und habe ich hier auch schon mal abgestellt, zweiter Umhang und komm, 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 nein, ich möchte dich nicht verkaufen, ich möchte einen richtigen Umhang rauskriegen und okay, zweiter Umhang war auch schon nichts, die können wir eigentlich gleich wieder verkaufen, dass wir ein bisschen Platz haben, den haben wir auch weg, den Umhang leider eine Nullnummer an der Stelle. Dann schauen wir auf den nächsten Char und zwar haben wir jetzt auf meinem Worry auch noch ein bisschen Agonit 1300, da können wir uns sogar zwei Umhänge kaufen, heißt Nummer drei und vier. Jetzt schauen wir mal, die Chance ist übrigens, ich glaube irgendwie 1 zu 50 oder so, also es gibt relativ viele Umhänge. Oh, warte mal, war das einer? Ah nein, das war nur ein PvP-Umhang, wo ich dementsprechend einen Zweitransmog noch gebraucht habe. Schade, ich habe mich jetzt gerade schon ein bisschen gefreut, dass ich einen von diesen blöden Worldbossen rausgezogen habe. Das sind nämlich wirklich alle möglichen Umhänge, die im Komplett Legion droppen können und ich hoffe halt, dass ich die Worldboss-Umhänge kriege. Also vier Stück haben wir. Der hier, da kann ich mir noch zwei holen. Eins, zwei, fast vier, da fehlen mir blöderweise 19 Agonit. Dann haben wir jetzt Nummer fünf. Oh, bitte? Nein, das war auch noch so ein Gladiator-Umhang. Nein, warum kriege ich denn den? So ein Dreck. So ein Dreck. Okay, und was haben wir hier drin? Das ist irgendeiner, den man als Schamane anscheinend auch kriegen kann. Okay, also sechs Stück haben wir. Dann noch vier. Dann haben wir den nächsten Char. Und zwar haben wir da 700 Marken. Noch mal einen Umhang. Komm, enttäusch mich nicht. Halt, wollte ihn nicht verkaufen. Go, 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 go. Auch wieder nix. Schade. Ich hoffe, ich kriege zumindest nur einen. Drei Tries haben wir noch. So, dann haben wir noch einen Char ausgegraben. Der hat sogar fast das Cap an Punkten hier. 1990, da müsste ich noch mal drei Umhänge kaufen können. Jetzt hoffen wir mal, dass da noch was drin ist. So zum Abschluss. Weil es sind jetzt immer noch, genau, ihr seht hier, vier Umhänge. Umhänge habe ich mir deswegen ausgesucht, weil die dementsprechend von allen Klassen genutzt werden können. Und jetzt hoffe ich mal, dass wir noch was rauskriegen. Okay, das war nichts. Zumindest ist schon mal Kries geschmiedet. Nochmal nichts. Meine Hoffnung liegt auf dem letzten Umhang. No. Wir haben jetzt nur zweimal irgend so einen Gladiator-Umhang bekommen. Also einen PvP-Umhang, den ich aber schon hatte. Bloß halt als zwei Transmog. Schade, schade. Sollte leider nicht sein an der Stelle. Hat mich trotzdem gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ich wieder ein paar Münzen gefarmt oder zufällig bei irgendwelchen Chars gefunden habe, gibt es wieder ein Video in der Richtung. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.